Im Personenschutz dürfen Sie sich keine Fehler erlauben. Beseitigen Sie mit www.expertenwissen.eu alle Schwachstellen. In kaum einer anderen Branche kann ein Fehler so schwerwiegend sein wie beim Personenschutz. Ein kleines Detail kann dazu führen, dass Personen verletzt oder gar getötet werden. Unterläuft einem ein solcher Fehler, ist die Chance, weiterhin im Personenschutz Geld verdienen zu können, gering. Besonders bei den ersten Einsätzen läuft längst nicht alles optimal ab. Damit man keine wichtigen Einzelheiten vergisst oder Gefahren übersieht, sollte man sich das E-Book Die Schwachstellenanalyse beschaffen, um damit alle möglichen Fehler auszuschließen. Ihnen wird das Leben eines Menschen anvertraut, da kann man es sich nicht leisten, auf das notwendige Fachwissen zu verzichten oder unkonzentriert an die Arbeit zu gehen. Auch Profis müssen immer noch ab und an in diesem Ratgeber blättern, um jeden Auftrag perfekt zu erfüllen. Sie arbeiten im Sicherheitsdienst? Dann klicken Sie jetzt auf www.expertenwissen.eu und verbessern Sie Ihren Arbeitsalltag.